Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Welcome or welcome back on my channel. Heute habe ich was ganz verrücktes vor, was ich noch nie gemacht habe, was ich immer schon machen wollte, was aber irgendwie nie möglich war. Und heute ist der Tag der Tage und wir machen einen Tumblr. Ich freue mich total, weil ich das wirklich immer schon ausprobieren wollte. Und ich erkläre euch sofort, was ich bisher gemacht habe. Also, ich habe hier einen Edelstahl-Tumblr, den hatte ich noch. Und hier war so ein Plastikstreifen drum, so ein Gummiring sozusagen, der einfach hier nochmal so ein bisschen isoliert. Den fand ich aber ziemlich doof, der ist schwarz, also habe ich den abgemacht. Ich habe meinen ganzen Tumblr einmal mit 220er Schleifpapier, nein Entschuldigung, 180er Schleifpapier angeschliffen. Ihr könnt 220er nehmen, ich hatte aber jetzt nur 180er da. Einmal alles angeschliffen, dann habe ich mir hier oben ist so ein schwarzer Plastikrand. Da schraubt man nachher den Deckel rein. Das wollte ich jetzt nicht ansprühen, weil dann wird das unsauber mit dem schwarzen Plastikrand innen. Deswegen habe ich den abgeklebt und ich hatte noch so ein Elektriker-Klebeband da. Die sind immer so ein bisschen schön, weil die elastisch sind. Damit habe ich mir den Rand einmal abgeklebt. Hier, diese gelben sind das. Und ich habe das Ganze dann gereinigt und einmal mit Isopropanol richtig sauber gemacht. Dann kommt bei diesem Tumblr, kommen immer diese, Moment, ich zeige es euch, diese Schaumstoffdinger mit. Moment, ich muss das Handy in der Hand halten, entschuldig bitte. Da kommen diese Schaumstoffteile mit, da kommt dieser Stab rein und so wird das Ganze dann aufgebaut. Die steckt man sozusagen in den Tumblr rein als Aufnahme. Da ich mir dieses Teil nicht sofort versauen wollte, habe ich mir einfach einen großen Gummihandschuh genommen. Der war nämlich auch beim Tumblr mit dabei. Größe XXL, kann ich nichts mit anfangen. Also habe ich mir das quasi drüber gestülpt, um einfach mein schwarzes Teil ein bisschen zu schützen. Dann bin ich rausgegangen, habe das Ganze mit weißer Sprühfarbe angesprüht. Ich habe von Montana das weiß genommen. Das klappt eigentlich ziemlich gut. Es sind nicht alle Stellen super deckend. Also hier sind so ein paar dabei, da ist die Schicht ein bisschen zu dünn. Aber das ist auch nur die Basisschicht und nicht unsere komplette Schicht. Deswegen ist das also überhaupt nicht schlimm. Und ja, das Ganze habe ich trocknen lassen. Und jetzt einmal kurz in Englisch und dann machen wir den nächsten Schritt. So, ich habe dieses Tumblr. Das ist ein Stainless-Steel Tumblr. Ich hatte dieses für Jahre und heute habe ich gedacht, ich will dieses, weil ich nicht mehr blanks habe. So, hier war ein Plastikband rund um es. Und ich habe es nicht gefallen, so ich habe das Plastikband gemacht. Ich habe meine Tumblr mit einem 180-Grit. You can use 220, das ist totally fine. Aber ich hatte 180, so ich habe das. Und dann habe ich einfach sanded meine Tumblr. Ich habe es. Dann habe ich ein, das ist wie ein Elektrical Band oder Sticky Tape. Ich weiß nicht, wie sie sind. Sie sind ein bisschen, ja, Bendy, Elastik. So, ich weiß nicht, wie sie sind. You know, was ich meine. Du kannst Sticky Tape, was auch immer. Auf meinem Tumblr hier ist ein blacker Plastik kind of Rimm. Und ich wollte das mit Spray-Paint, weil es in der Tumblr ist auch black. Und es wird, ich weiß nicht, wie es, ich weiß nicht, wie ich es. Ich denke, es geht nicht wirklich gut, wenn ich Spray-Paint das Outer-Edge. So, ich habe es einfach den Öffnissen. Dann habe ich das. Ich habe keine Ahnung, wie sie sind. Bitte bear mit mir. Diese sind komplett neue Technik-Terms für mich. So, diese Sachen, ich habe keine Ahnung, wo Sie die Tumblr aufpassen. You can write me in the comments, how they are called. With my Tumblr, or with my machine for the Tumblr, I also don't know how they are called, came gloves in XXL size. So, they are way too big and I cannot use them. So, I just took this glove, wrapped my thing inside my glove, just to protect it, because I didn't want to have Spray-Paint all over this new thing. So, I just protected it, put it inside my Tumblr, went outside, Spray-Painted the whole thing in white. This white coat is not perfectly even. There are some spots where it's not, well, it's a little bit thinner, the coat. And I'm just looking for the best spot I have, and this is exactly here. So, I just spray-painted the whole thing, let it dry, and now we can move on. I have to do this downstairs. I will take you upstairs in my craft room, and then you have better view and better light. But just for the beginning, I just explain what I'm doing, and then I will show you later, and we can move on. Also, I have here, just a bit of a rope, see this rope, with my, I say Cricut. I have a brother, but with my Plotter, on the other hand, I have a bit of a rope. I have a little bit of a rope, and I will show you how to do it. I hope that this is not too strong and my white color is back. It is, as I said, my first time. We will try it out. Da I can't do it anymore, I can't do it anymore, I can tell you what I have for it. And then I will show you what I have done it, if I have done it. I will now just this rope, once I have done it here. I have to mess it up. 8 cm is this increase, here it is a little bit higher. And here I have this rope, that's 8 cm. x 12,6 cm, I have made this rope, that I have to do it here. Then I go out with my part and take a little spray color in aqua and turkis and spray a little bit more. So, I cut out with my, in my vinyl, I cut out this kind of, it's not a square, I don't know how it's called in English. There, here we go again. In German it's Rauhter. Rombus? I have no idea. Well, I just cut this out. And I will place it on my tumbler, on the, on the white, white spot. On the, on the spot where I have the most spray paint. Well, it's an experiment. I have no idea if my vinyl foil is too strong. And when I take this off, it's just, it's just a, kind of a stencil. When I take it off, if it will take off my white paint. I have no idea. If it does, I will do the next time my stencil with the transfer tape because those transfer tapes, they are not as sticky as the vinyl foil. So, I will just try it and we'll see where we end. And because I have just one hand, I cannot do it in front of my camera. So, I will just place my stencil right in the middle. I just measured this because here you can see it's going a little bit up and there you have this edge. This is 8 centimeters and half of my cup is 12.6 centimeters. So, these are the measurements and I just place it on top of my best white part. Then I go outside and I will just spray paint the rest with some aqua and some caribbean, like a turquoise color. And then I will show you the result. So, we go back to the next, or we go to the next step in my craft room. Okay, I spray painted it and let it dry as good as I can. And now I am taking an art potge, like a mod potge, and just paint my tumbler with this. I am doing like the tacky method. I am way too impatient for doing epoxy. Also, ich mache das Ganze jetzt mit so einer Art Mod Potge. Ich bin, ich muss gestehen, ich bin zu ungeduldig. Das Ganze kann man jetzt wunderbar mit Harz machen. Ich habe aber, wie gesagt, die Geduld nicht. Ich gebe es ganz offen zu. Deswegen benutze ich jetzt diese sogenannte Tacky-Methode oder Tackit oder Tacky irgendwie sowas. Und nehme dafür einfach meinen Art Potge hier. So ein Lack und Leim ist das. Und da kleben wir sozusagen gleich den Glitzer mit fest. Ich muss mich ein bisschen hier ranhalten, weil der trocknet relativ schnell. It dries pretty quickly, so I... Well, we try. I have no idea. Während ich dieses Video bearbeite, habe ich schon meinen zweiten Tumbler sozusagen in Arbeit. Also, es wird auch noch ein neues Video mit einem anderen Design geben. Deswegen springe ich jetzt ein bisschen hin und her. Ich nehme euch mit auf die Reise von meinem ersten Tumbler. Sage euch aber direkt, was ihr besser nicht machen sollt. Wenn ihr das nachmachen wollt, dass ihr nicht dieses Video wirklich als Anhaltspunkt nehmt. Es gibt viel Luft nach oben und das erzähle ich euch. So, as I am editing this video, I am currently working on my second Tumbler. And I want to show you my first attempt and I want to show you my mistakes and everything. But I don't want you to repeat the steps I do. That's why I do a voiceover and I give you advice for doing a better job than this one. Also, als allererstes, dieses Art Potge trocknet sehr, sehr schnell. Ich sage euch gleich auch noch die Glitzerfarben, aber während ich das jetzt hier mache und ihr zugucken könnt, erzähle ich euch was. Also, das Art Potge, das trocknet sehr, sehr schnell. Der Glitzer ist auch noch nass in dem Moment, wo ich es aufstreue. Und das ist alles sehr, sehr ungünstig. Es gibt, das habe ich aus den USA gesehen, so einen Kleber, der nennt sich Tackett. Und den trägt man auf, lässt ihn trocknen. Der hinterlässt eine klebrige Oberfläche. Dann kann man den Glitzer auftragen und kann sofort auch den Glitzer wunderbar einarbeiten. Das habe ich jetzt gerade bei meinem zweiten versucht. Das Zeug ist super. Deswegen, also macht es nicht mit Art Potge, holt euch dieses Tackett. Ich habe euch in der Beschreibungsbox unten ist mein Amazon Storefront verlinkt. Da packe ich euch den mit rein. So, um, as I'm, as I mentioned, I'm just currently working on my second tumbler. And, uh, this Art Potge really dries pretty quickly. And, um, you have to attach the glitter while it's kind of wet. And then it has to dry and you cannot really work the glitter kind of into this glue. There is a glue, I saw it in, uh, in a US video. There is a glue, it's called Tackett. Maybe, you know, this one, um, you apply it, you let it dry. It gives a tacky surface and then you can apply the glitter and you can rub the glitter and you can just keep on working. And this stuff is just amazing. So please don't use Art Potge because it's, it's a pain in the butt. I tell you. Okay. That's why I do it, um, here in like layers or different steps. Um, this glitter is from Dipon. I mostly have glitter from Dipon. This is azure, which is like a dark blue turquoise color. And then I also have a turquoise, a teal color. And I got some Hemingway glitter. I, um, I had this for years in a champagne color. And these are my glitters. And of course, um, I don't know if, do I, yes, of course the white, it's a snow star white from Dipon. A white fine glitter. Also mein Glitzer ist einmal azure. Ich glaube, es heißt azure von Dipon. Bei Dipon findet ihr die Glitzer unter Flakes. Da sind die ganzen Glitzerfarben drin. Es gibt feinere, es gibt auch ein bisschen gröbere. Das ist jetzt azure. Dann habe ich noch ein teal, also ein Türkiston. Ich habe ein weiß, das ist Snow Star. Und das, dieser Champagner mit dem roten Deckel, das, das sind noch Hemingway Glitzer. Die hatte ich noch in meinem Bastelfundus. Die sind schon ewig alt. Genauso wie ich auch dieses Art Podge in meinem Bastelfundus noch hatte. Und das nutze ich natürlich jetzt, weil ich es da habe, klar. Gut, also das sind erstmal soweit meine Farben. Und jetzt muss ich das natürlich Schritt für Schritt machen. Das ist alles ziemlich ätzend. Holt euch, wenn ihr das nachmachen wollt, wirklich dieses Tackett. Tragt das im ganzen Tumblr auf. Lasst es trocknen und dann könnt ihr ganz entspannt euren Glitzer auftragen. Okay, so, now I'm just applying my glitter in kind of layers. And as I mentioned, it's a pain in the butt. So don't do what I do. Get yourself Tackett. You can apply this on the whole Tumblr. You can let it dry. And then you have all the time in the world to apply your glitter evenly and nice. And okay, so this is the glitter. And I will just speed up this part, because this video is way too long. But it's my first and I will tell you later. So stay tuned. I found something with my colors and with my resin. But I will tell you in the next step. Bleibt dran, weil es ist mir nämlich noch was passiert bei diesem Tumblr. Was ich noch, diesen Fehler möchte ich noch ausmerzen. Und ich werde euch dann in einem späteren Schritt auch genau sagen, was nämlich noch schief gegangen ist. So, das ist noch nicht trocken. It's not dry yet, but I tried to remove my stencil and I just take this little craft knife and I just tried to get one spot to start with. Ich bin also mit meinem kleinen Messerchen hin und habe gerade versucht, so eine Stelle zu finden, wo ich anfangen kann, um da drunter zu fusseln. Ich wiederhole jetzt den gleichen Schritt mit dem Art Podge und dem weißen Glitzer nur in dieser Raute. Und ja, mache da den weißen Glitzer drauf und lasse das Ganze dann trocknen. So I just repeat this step with the Art Podge and the Glitter. And now I'm just painting this inside, this square and put some white glitter on it. Wenn das nachher getrocknet ist, kann man auch überschüssiges Weiß, ich möller so ein bisschen daneben, kann man dann auch mit einem Pinsel vorsichtig abmachen. Aber nicht wenn es nass ist, sondern lasst es wirklich erst trocknen. So if I put my glitter, as you can see, in my turquoise section, it doesn't matter. I just let this dry and when it's dried, then I would just take a soft brush and I remove the white glitter in the turquoise section. So this is not a problem at all. So, nachdem das Ganze jetzt getrocknet ist, habe ich mir jetzt etwas Harz angemischt. Das sind jetzt 20 Gramm. Ich denke, es ist zu wenig. Ich weiß es nicht. Ich werde sonst nochmal nachmischen. So, it's dry and I mixed up about 20 grams of resin. I think it's not enough. I, I, I don't, I'm not sure. I don't know. Well, we see. So, an dieser Stelle gibt es schon den nächsten Tipp. Mein Drehgerät, mein Turner, dreht nach links und ich streiche das Harz mit der rechten Hand auf. Was auch wieder ein totaler Krampf ist, benetzt das Ganze mit Harz, verstreicht das Harz mit der Hand in der, in die Richtung, wo euer Tumbler dreht. Also, dreht euer Tumbler nach rechts, nehmt eure rechte Hand. Dreht euer Tumbler nach links, nehmt eure linke Hand. Ganz einfach, weil ihr dann von unten nach, dahin greifen könnt und das Harz schön verstreichen könnt. Ihr seht ja, wenn ich jetzt das, wenn das jetzt nach rechts, also in eurem Bild jetzt nach rechts, ne. Ich sitze da vor, deswegen ist es nach links. Wenn ihr jetzt guckt und der Tumbler dreht sich nach rechts und ich nehme die andere Hand hier bei euch auf der linken Seite, kann ich nicht so schön da drunter greifen. Deswegen nehmt wirklich die Hand, in der euer Tumbler dreht. Macht das Ganze Sinn? Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube schon, ne. Gut. So, next advice, well, at least in my experience, my Turner is turning to the left and I am using my right hand to spread my epoxy. And this is, again, a pain in the butt. So, if your Turner turns to the right, take your right hand. If your Turner is turning to the left, take your left hand. It's much easier because then you really can spread your epoxy, like, from down up to the top. I hope it makes sense. I hope you know what I mean. But as you can see, I'm just spreading it the wrong way and it's much more complicated. It takes much longer than using my other hand. Okay. It's just a thin coat of resin. I'm just spreading this out and then next step is we let this cure for a couple of hours overnight, depending on the resin you use. Also, ich verteile das Ganze jetzt und dann heißt es natürlich warten, bis das Harz ausgehärtet ist soweit. Je nach Harz kann das natürlich dann auch dementsprechend lange dauern. Manchmal, je nach Harz, vier Stunden, acht Stunden, zwölf Stunden, 24 Stunden. Deswegen guckt ein bisschen, welches Harz ihr benutzt, wie lange es braucht, bis es ausgehärtet ist und dann geht weiter. Dann noch ein Tipp. Ihr kriegt jetzt von mir die volle Ladung Tipps. Seht zu, dass euer Becher möglichst in Waage ist. Jetzt, wo ich dieses Video bearbeite, sehe ich, guckt mal, wie mein Tumbler eiert. Der ist überhaupt nicht gerade drauf. Das gibt nachher kein sauberes Ergebnis. Also guckt, dass es möglichst gerade ist. So, if you're applying epoxy, make sure that your Tumbler is leveled. Mine isn't leveled at all. At all. And in the final code, in the final result, you will see this. So make sure everything is leveled and then you get the most beautiful results. So, der nächste Schritt. Das Ganze ist gehärtet und ich habe mir hier meine Transferfolie auf meine Raute geklebt. Bin in den Garten gegangen, wie ihr sehen könnt und habe in meiner Flasche Spüli und Wasser. Sehr viel Spüli und ein bisschen Wasser. Und ich sprühe mir jetzt ein bisschen Wasser auf die Stellen. Das ist beim Tumbler, der natürlich nicht ganz eben ist und rund, ist etwas schwierig, weil es seitlich wegläuft. Deswegen mache ich das wieder mal in Etappen. Sprühe mir ein bisschen was drauf. Nehme dann meinen weißen Sprühlack und sprühe drüber. So, next step is outside. I just have my spray bottle with dish soap and water. And now I'm just applying some dish soap. I don't have like dish soap with a lot of foam or something. I just try as good as I can to spray some foam on it. and then I will just go in with my spray paint and slightly spray over my kind of water foam area and repeat the steps with all sections. Also ich mache das jetzt der Reihe nach rundum. Ich gehe mal hin, mache mir so ein bisschen Spüli drauf. Dann sprühe ich das Ganze ein und ja, einmal in die Runde. So sieht das Ganze jetzt aus. This is the result. And now I just go in with my spray bottle and spray, spray, spray and just remove all the foam, all the water and therefore also all the spray paint which is lying over or on this water drops. And this gives a really nice pattern. Also ich bin einmal mit der Sprühflasche hin, habe das Ganze sozusagen abgesprüht, sauber gemacht. Gehe jetzt nach drinnen, trockne das Ganze und wenn ihr noch irgendwelche Stellen habt, die euch nicht gefallen, wenn zu viel Farbe ist, könnt ihr immer ein Wattestäbchen mit ein bisschen Aceton nehmen und das entfernen. So I just went inside, dried everything. If you have too much paint on it, if you are unhappy with your design, you can also or always take a cotton bud and then some Aceton and just clean up a few spots where you want less spray paint. It removes the spray paint. And as you can see, I did this and I just love the result. Nachdem jetzt alles trocken ist, gehe ich einfach hin und kann mir jetzt meinen geplotteten Schriftzug aufkleben und ja, den platziere ich sozusagen gegenüber von der Raute. So now everything is dry and I can place my decal, my vinyl and ja, smooth it out. Then I just turn the cup and we're doing this white section. Also das Ganze einmal aufgeklebt und dann drehe ich den Becher einfach um auf die andere Seite, wo das weiß ist. Und da kommt jetzt Waterslide-Folie drauf. Ich habe auch, das verlinke ich euch im Amazon Storefront, ich habe mir diese Waterslide-Folie für einen Laserdrucker gekauft. Gibt es für Laserdrucker, gibt es auch für Tintenstrahldrucker. Wenn ihr einen Tintenstrahldrucker habt, dann müsst ihr das Ganze noch einmal versiegeln, damit eure Farbe nachher nicht abgeht. Einfach mit Klarlack drüber. So this is my Waterslide and I just printed this out. I have a laser printer. If you have like an inkjet printer, you have to seal your Waterslide, this foil, because inkjet, those inks, there is a risk that the resin will kind of blurry the colors or blur the colors or yeah, whatever. So seal them. I have a laser jet, so I have no issues with that. So I just put it in warm water and remove it and then place it onto my cup. Also einmal kurz fünf bis zehn Sekunden in warmes Wasser. Wichtig ist warmes Wasser, kein kaltes Wasser. Warmes Wasser, so lauwarmes Wasser. Und dann fünf bis zehn Sekunden da rein. Ihr merkt dann auch schon, dass sich die Folie löst. Und dann kann man das wirklich, deswegen auch Waterslide, Wasserschiebefolie, man kann es wirklich auf die Stelle dann schieben, wo man es haben möchte. Ich musste gerade noch ein bisschen die Ränder ausschneiden, das hatte ich vergessen. Und jetzt machen wir das Ganze. I just had to cut around my turtle. I just forgot this. So now we can just slide this onto the cup. And use warm water, not cold water. Like lukewarm water is perfectly fine. And then this paper underneath will just kind of slides off. And you can place your foil onto the cup. Solange das Ganze noch nass ist, kann man diese Folie also auch wirklich super gut noch hin und her schieben und platzieren. Deswegen, da ist noch genug Wasser drunter. Und jetzt kann ich mir die so zurechtschieben, wie ich es gerne haben möchte. Und dann gehe ich einfach mit einem Papiertuch hin und ganz vorsichtig tupfe ich einmal über die Oberfläche und drücke so ein bisschen das Wasser raus. Ganz, ganz leicht nur. Und dann bleibt es kleben. So I'm just placing my turtle. As long as there is water underneath this decal, you can kind of move it. And if you're happy with your position, just take a paper towel and just dab, really careful, just dab on your decal. Remove the water and then let it dry. Ich habe hier noch ein bisschen Washi-Tape gefunden in so einem blau-grün. Und zwar diese schmale. Und das klebe ich mir jetzt sozusagen als Umrandung um diese Raute sozusagen rum. So I found some Washi-Tape in a kind of a bluish-grün color. And I'm just placing the Washi-Tape around my turtle on the edges of my white square. Take my X-Actor-Knife, just cut it off at the edges and yeah, that's it. So, wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid, erstmal vielen lieben Dank, weil dieses Video wird echt lang. So, if you're still here, thank you so much, because this video is quite a long one. And now there is something I really have to tell you, because this is something I found out with my second Tumblr. And I didn't know what I did wrong in this, in this part. Also, jetzt kommt etwas, was mir später bei meinem zweiten Tumblr aufgefallen ist, was schief gegangen ist. Und ich wusste bei diesem nicht, was passiert ist. Und deshalb bleibt weiter dran. Ich weiß, es ist lang, aber ich muss euch das unbedingt erzählen, weil ich habe immer noch nicht so hundertprozentig einen Plan, was passiert ist. Also, das Ganze ist getrocknet und jetzt mache ich eigentlich die letzte Schicht Harz drauf. Ich habe mir 30 Milliliter angemischt, war zu viel. Besser ist es immer, ihr macht lieber zwei dünne Schichten als eine dicke, das zum einen. Zum anderen ist aber Folgendes passiert. Ich mache jetzt diese 30 Milliliter drauf. Wie gesagt, 20 oder so hätten es auch getan, aber egal. Hab das Ganze drehen lassen. Zum einen mag Washi-Tape kein Harz. Das heißt, das Harz geht von diesem Metallic Washi-Tape, pellt das einfach wieder ab. Zum anderen, ich habe es dann so weit hingekriegt, dass das Ganze so weit gehalten hat und habe den einfach über Nacht drehen lassen. Am nächsten Morgen komme ich hoch und habe einen Riesenschock gekriegt. Das Ganze sah aus wie eine Mondlandschaft. Also Dellen und Hügel und Uneben und ich wusste überhaupt nicht, warum. Ich weiß es bis heute nicht. Ich tippe auf die weiße Farbe. Ich erzähle euch, ich sage das jetzt einmal gerade in Englisch und dann erzähle ich euch, was bei meinem zweiten Tamm dann nämlich passiert ist. So, now in Englisch. Ich mixe up 30 Gramm of Resin, which is one ounce. Und das ist way too much. 20 Gramm of Resin ist plenty, aber irgendwie. Ich fand aus, dass Resin nicht wirklich stickt zu dieser Metallic Washi-Tape. So, die Resin, es wirklich repelt von der Washi-Tape. Und ich wirklich durfte, dass die Resin auf die Spots getrennt. Secondly, 30 Gramm of Resin ist way too much. Make two thin layers or three thin layers rather than one thick layer. And thirdly, and this is the most important thing, I just let this turn overnight. And the next day I came in my craft room totally excited. And I was shocked. My tumbler looked like the surface of the moon. There were lumps and bumps, but they were major. Not little small ones where you can say, okay, I'm just give it a send and that's it. These were really major lumps and bumps. There were a lot of spots where I didn't have resin at all and a lot of spots where I had like a double layer of resin. And I'm still not sure what happened because I spread this evenly, everything was fine. I think it was my spray paint because as I told you, I'm currently working on the second tumbler and I just wanted to put my glitter onto an epoxy layer. So I prepped my tumbler, I gave it a send, I spray painted it with Montana matte white spray paint. I let this dry and then I applied a thin coat of epoxy a really thin coat and this epoxy didn't stick to this spray paint at all. So I took a cloth or a baby wipe and removed all the resin. It looked awful. It really didn't stick at all. So I think it is the Montana gold white spray paint. I still try to figure it out and I still try to find a way how to avoid this. But just for you as an information, if you have the Montana gold pure white spray, don't use it. And it's called Montana gold NC acrylic professional spray paint. So this is not a cheap one. It's a pretty expensive spray paint. But I think it's the paint. Also, da ich ja wie gesagt an meinem zweiten Tumbler gerade arbeite. Ich habe meinen Tumbler wieder genommen, habe den wieder mit Schmirgelpapier ein bisschen angeraut, sauber gemacht und mit Spray Paint weiß gemacht. So und ich benutze von Montana, das ist also eine ziemlich hochwertige, teure Farbe, Montana gold NC acrylic und das war white pure. Und das ist eigentlich so ein mattes white, äh, white, mattes weiß, also kein Hochglanz weiß. Und ich habe dann diese dünne Schicht Harz drauf gemacht, weil das sollte eigentlich meine Basis für den Glitzer sein, diesmal nicht mit diesem Art Potsch oder so, sondern mit Harz. Habe mir eine ganz dünne Schicht drauf gemacht und habe in dem Moment den Schock meines Lebens bekommen, das Harz hat sich komplett zurückgezogen. Das sah aus wie eine Netzstrumpfhose. Also es war, es war unfassbar. Ich habe das nicht drauf gekriegt, habe nachher ein Babyfeuchttuch genommen, ein bisschen Alkohol drauf und habe das komplette Harz, es war ja Gott sei Dank nur eine dünne Schicht, habe ich wieder von dem Tumbler runter gemacht, um diesen Tumbler zu retten. Also ich tippe drauf. Wie gesagt, ich arbeite an einer Lösung, ich arbeite auch an verschiedenen Spray Paints, aber ihr wisst selber, Spray Paints und eine Dose kostet mal locker 10 Euro. Ich kann natürlich jetzt auch nicht 5 oder 10 Dosen holen. Ich arbeite gerade an einer anderen Lösung, die ich im Kopf habe und ich lasse die euch beim nächsten Video dann wissen. Also bleibt, abonniert gerne meinen Kanal. Es wird das nächste Video mit so einem Tumbler geben und wenn ich dann die Lösung habe, sage ich sie euch da. Das war der große Grund, warum das hier nicht funktioniert hat. So, was ich hier gemacht habe, ich kürze das Ganze jetzt hier ab. Ich habe das Ganze runtergeschliffen, so gut es geht, habe das nochmal gereinigt mit Isopropanol, habe noch eine dünne Schicht Harz draufgegeben und das war dann das Ergebnis. So, to make the video not necessarily longer than it is already, I just make it short here. I sanded my cup and removed all those big bums and then applied another thin, cleaned it with Isopropanol Alkohol and then I applied another thin layer of epoxy and that worked and now I will show you the final result. So, hier ist das fertige Ergebnis. Er ist nicht perfekt, es sind auch immer noch ein paar Dellen drin, aber für meinen ersten bin ich total zufrieden. So, this is the final result. It's not perfect. I do have some little kind of bumps in there, but for my first attempt, I'm really, really happy with it. And yeah, I hope you like it too. I hope you like the design. Give me a thumbs up, subscribe to my channel and I will see you in the next video. Also, ich hoffe, das Design gefällt euch, auch wenn es nicht perfekt ist. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar, hinterlasst mir ein Abo, wenn ihr mögt, einen Daumen hoch. Das ist für mich wirklich eine ganz spannende neue Reise. Deswegen bin ich sehr auf eure Meinungen gespannt und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video.